Martin, wie bereitest du das Team jetzt auf das Halbfinale vor? Nach neun Tagen ohne Spiel müssen wir eine Konzentration im Training machen. Das haben wir schon diese Woche gemacht und morgen muss nicht viel erklären. Morgen fängt dann das Halbfinale an und die Jungs sind bereit und müssen das alles aufs Eis lassen. Was sind deiner Meinung nach die Schlüssel in so einer Halbfinale gegen Kassel? Erst wenig Strafminuten zu nehmen und auch diese Überzahl-Unterzahl-Situationen. Das sind oft entscheidende Faktoren in so einem Spiel, denn die Spiele sind immer eng. Und du kannst eine Überzahl Tore mehr machen oder in der Unterzahl eine Überzahl verhindern. Das ist oft unterschiedlich in einem engen Spiel. Das Hessenderby wird für große Emotionen sorgen, sowohl auf dem Eis als auch bei den Fans natürlich. Welche Emotionen willst du von den Jungs sehen? Ja, jeder bringt sein Bestes zum Spiel. Aber in so einer Halbfinale-Runde als Trainer musst du kein Cheerleader sein. Die Jungs müssen selbst motiviert werden. Ich glaube, jeder ist bereit, dass wir endlich diese Halbfinale anfangen. Wie wichtig ist es dann auch, wenn es mal hitzig wird auf dem Eis oder durch die Zuschauer, wie wichtig ist es auch, einen kühlen Kopf zu behalten? Ja, wir müssen nicht mit Frust spielen. Es wird bestimmt etwas passieren, das gegen uns geht. Und ob das fair oder unfair ist, du musst das einfach runterschlucken und weiterspielen. Du kannst nicht eine schlechte Entscheidung für uns weg von unserem Ziel bringen. Jeder muss nur über das Ziel denken, wenn er auf dem Eis ist. Und dann kannst du Erfolg haben. Die Fans spielen natürlich auch eine Rolle, gerade auch in den Heimspielen. Wie wichtig ist es aber auch, dass die Löwen-Fans auswärts Vollgas geben und hörbar sind? Ja, wir sehen unsere Fans überall sehr gerne. Zuhause, das ist klar. Unser Haus ist voll und die Stimmung ist laut. Das hilft uns. Das bringt den Spielern vielleicht Kraft am Ende des Spiels. Die Beine sind vielleicht ein bisschen müde. Und auch auswärts. Wir sind alle gemeinsam. Und wenn wir unsere Zuschauer beim Auswärtsspiel sehen, dann natürlich, dass jeder Zuschauer hilft uns. Wie ist es eigentlich für dich als Trainer? Die Spieler können es wahrscheinlich kaum mehr erwarten. Endlich kein Training mehr, sondern Spiel. Ist es für dich als Trainer genauso? Möchtest du auch jetzt endlich loslegen? Ja klar. Das heißt, du kannst nur so viel planen. Jetzt ist Zeit, endlich diese Serie zu beginnen. Weil wir haben schon über alles gesprochen. Die nächste Phase ist, du musst das einfach aufs Eis machen. Dann freuen wir uns und drücken euch natürlich vor allem morgen beim Start in Spiel 1 die Daumen. Dankeschön. Danke. Danke.